schönen guten tag liebe freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge dead by daylight heute wieder mit shelly party hart sollte sagen wer noch party hat feiert wer wer warum meyeres mal was anderes als hasen er steht hinter mir ich wusste ich habe ihn gesehen ich wollte eigentlich weg schrieben oder steht direkt hinter mir alter ja passt auch nicht dass es ein creepy meyer ist das schön die bäume der nebel die heuballen ja ich glaube es auf stufe 1 1 2 ja ich habe gestand ich komme zur hütte ja da bin ich nicht okay ich sitze ganz entspannt zwischen ein paar raben unter der baumkrone voll idyllisch eigentlich wenn die killer nicht wären so auf so einer farm urlaub machen das ist die rache dazu dass du uns so anschweigst ja ja du kommst voll auf mich zugelaufen hast du mich gerade blockiert beim springen nein habe ich nicht ich konnte nicht rüber springen ich bin extra weit weggerannt ich konnte mich umgebracht manchmal auch du hast mich umgebracht du hast mich umgebracht ja hast kannst du nicht oder hast du verballert ich wollte gerade aktivieren du hast dich getötet hä du lebst doch noch du hast dich getötet oh sorry du model ist doch bei dir bei mir ist auch nicht ich habe mac und jake gefunden ich habe ich habe meyers gefunden aber weiß nicht wo ich bin so also ich bin wieder geheilt und wo ich auch kleine miese zicke nee du hast mich umgebracht ich konnte aber ich konnte aber ich nicht mehr die palette springen ey ich stand so weit weg ich konnte trotzdem nicht rüber springen ja dann ist es ein dbd-pack aber da bin doch nicht ich dran schuld vielleicht dass du mich um du hast versucht mich umzubringen oder nein sonst habe ich niemanden wo ich tee trinken gehen kann ja das ist wegen du wolltest mich umbringen wegen meinem tee ja nein sonst wenn ich dich umbringe kann ich ja nicht mehr zu dir gehen und deinen tee trinken wer bist du noch mal wer bist du noch mal oh ja natürlich alles klar ist ist okay ja okay ja ich weiß es nicht hier steht eine mac bist du die mac ach so ne ich bin Claudette so wie immer äh wo bist du denn ähm 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 an einem baum ist da der keller denn hier ähm nein äh lass uns am schweinebaum treffen ich bin rechts vom schweinebaum ähm dein rechts oder mein rechts ich weiß nicht wie du wirst ich war genau hinter dir zu spät ja komm mit vor dem links von uns ist der meyers oh ja den schon habe ich gemacht der stand auf einmal hinter mir er ist in der nähe hast du vorwarnung bei ne aber äh mein äh balken war gerade ganz kurz rot da siehst du da der ist ganz in der nähe oh so nah ist der nun auch nicht doch der ist voll nah dran ich schwör der killt uns gleich du hast nur Angst dass ich dich gleich wieder umbringen ja das auch oh ein brennendes tut das stimmt oh der hat garantiert mit nein 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 das ist voll Spaß mach mich ein Herzinfarkt oh boah das merke ich mir keine punkte für den icon nein 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 ja das merke ich mir backlinks war gar nicht so frech ganz брат wart Legisl tutto jetzt fless werden ich mache die fangen willst du mich einfach an den fremden killer ausliefern möchtest du das wirklich in sionen- Alumni Spiel ja kein Killer mehr in Community Days. Naja, an einen fremden Killer, weil wir gegen random Killer spielen. Ja, also gegen einen nicht fremden Killer kann ich dich ja nicht ausliefern. Hä? Soll ich den mal retten? Probier's mal. Nein, du willst mich nur wieder umbringen. Ich versuche gleich wegzurennen. Achso. Ja, den gehe ich mir jetzt die Punkte holen. Er facecampt. Guck dir das an. Ähm. Er ist AFK. Ja. Nein. Oh. Er ist nicht AFK. Lauf. Er war kurz AFK. Hm. Er ist frech. Er ist ein frecher Lümmel. Ja, lass ihn lieber. Lass ihn lieber. Und tschüss. Alles klar, liebe Freunde. Ich danke fürs Zugucken. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.